Ja, warum nicht diese Kreuzung Eierbärkreuzung? Weil vor mehreren Jahren genau hier dieses Video entstand. Ja, du musst gucken, was meinst du, wenn ich losfahre, dann liegst du drunter. Ich seh dich nicht, du Eierbär. Ja, schönen Gruß an diese Stelle an den LKW-Fahrer Klaus. Und in diesem Sinne, viel Spaß. 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 Und in diesem Sinne, viel Spaß.